Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riever. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gegen Mitternacht endet nach 60 Jahren das Atomzeitalter in Deutschland. Die drei letzten Atomkraftwerke gehen vom Netz. Umweltverbände feiern dies als riesigen Erfolg für die Anti-Atom-Bewegung. Auch die Fraktionen von SPD und Grünen freuen sich. Die Grünen twitterten, der Ausstieg bedeute nun den Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Union und FDP dagegen hadern. Heute sei ein schwarzer Tag, man habe sich einen befristeten Weiterbetrieb gewünscht. Die Uhr tickt. Bis Mitternacht müssen sie vom Netz sein. Die Kernkraftwerke Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg, Emsland in Niedersachsen und Isar 2 in Bayern. Hier wurde jährlich Strom für mehr als drei Millionen Haushalte produziert. Bis heute. Am späten Abend wird auf der Leitwarte dieser rote Knopf gedrückt und damit der Atomausstieg besiegelt. Das Herunterfahren der Anlage sei ein routinierter Vorgang, so der Kraftwerksleiter. Diesmal aber auch ein emotionaler. Die politische Entscheidung ist natürlich eindeutig. Wir werden heute Nacht vom Netz gehen, erfüllen damit das Atomgesetz mit dem Trennen des Generators vom Netz vor Mitternacht. Und damit ist die Ära der Stromerzeugung hier in Isar beendet. Trotz Forderungen aus Teilen der Politik, das Kernkraftwerk einsatzbereit zu halten, werden hier die Vorbereitungen für den Rückbau beginnen, so Müller. Losgehen soll es damit voraussichtlich schon im nächsten Jahr. Für die Mitarbeiter sei das ein schwerer Schritt. Atomkraftkritiker hingegen wollen am Abend vor den Werkstoren feiern. Mit dem Aus endet heute die mehr als 60-jährige Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Für den Atommüll, der in dieser Zeit entstanden ist, gibt es noch keine Lösung. Deutschland ist weiterhin auf der Suche nach einem Endlager. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Schlichtungskommission ihre Empfehlung vorgelegt. Sie schlägt ab März 2024 einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent vor, mindestens aber 340 Euro mehr. Außerdem soll bis dahin ein Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro gezahlt werden. Die Empfehlung ist Grundlage für neue Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ab kommenden Samstag. Bundeshausministerin Baerbock hat die Grenze zwischen Nord- und Südkorea besucht. In der sogenannten demilitarisierten Zone informierte sie sich über das aktuelle Verhältnis beider Länder, die sich offiziell noch immer im Krieg befinden. Im Anschluss daran traf Baerbock in Südkoreas Hauptstadt Seoul ihren Amtskollegen Park Jin zu politischen Gesprächen. Bei einem Wahlkampftermin von Japans Premierminister Kishida in der Hafenstadt Saikatsaki hat es eine Explosion gegeben. Kishida wurde in Sicherheit gebracht, nachdem der Sprengsatz detonierte. Es gibt keine Hinweise auf Verletzte oder Schäden. Eine Person wurde festgenommen. Kishida war in die Gegend gereist, um einen Kandidaten seiner liberal-demokratischen Partei bei den Kommunalwahlen zu unterstützen. US-Präsident Biden verlangt eine schnelle Aufklärung des US-Geheimdienst-Skandals. Er habe seine Regierung angewiesen, herauszufinden, warum der mutmaßliche Geheimnisverräter überhaupt Zugang zu derart brisanten Informationen haben konnte. Ein 21-jähriger Nationalgardist der US-Luftwaffe wird verdächtigt, die Geheimdienstinformationen zunächst auf einer Spieleplattform im Internet veröffentlicht zu haben. Er sitzt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Die umstrittene Rentenreform in Frankreich ist heute offiziell in Kraft getreten. Der Verfassungsrat hatte die Gesetzesänderung zuvor in großen Teilen gebilligt. Unter anderem soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. In mehreren Städten protestierten gestern noch einmal Menschen auf den Straßen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Allein in Paris wurden mehr als 100 Personen festgenommen. Und hier noch die Wetteraussichten. Vielfach bedeckt mit Regen, der besonders vom Südosten bis in die Mitte länger anhält. Mit freundlicher zunächst im Westen, später an der Ostsee und in Sachsen. 5 bis 16 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 15.55 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2w 2w 3w 3w 2w 4w 4w 5w 5w 6w 9w